Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Es ist 8.32 Uhr. Ich sitze hier im Hemd und unrasiert, ich sehe richtig wild aus. Ich bin zu Hause. Nachdem ich die letzten drei Tage jeden Tag vom Büro ausgearbeitet habe, habe ich es mir heute herausgenommen, von zu Hause aus zu arbeiten. So wie Montag, aber drei Tage im Office hintereinander. Das ist schon krass. Also das fühlt sich ganz neu an, ganz anders, wie eine neue Arbeit. Nee, Spaß beiseite. Ich suche gerade noch ein passendes Hintergrundbild für heute, für die die Room-Anzeige. Wir nehmen einfach hier den wütenden Bauarbeiter. Weiß ich nicht. Passt. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist Freitag. Heute sind vier Termine auf dem Plan. Hoffentlich komme ich noch mehr zu. Der letzte ist von 15 bis 16 Uhr auf dem Freitag. Naja, was soll's. Kriegen wir auch hin. Jo, ich habe gut geschlafen. Ich bin heute nicht ganz so früh aufgestanden wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Da bin ich immer um sechs raus. Heute bin ich erst um sieben raus. Jetzt haben wir es halb neun. Ich war im Bad. Bis auf das Rasieren habe ich alles erledigt im Bad. Und jetzt wird ein bisschen was gearbeitet. Und zwischendrin werde ich dann mal ein bisschen Sport machen. Mal gucken, ob ich heute vielleicht mal wieder eine Hit-Trainings-Einheit mache. Ich denke schon. Jo, und ansonsten heute Abend Film gucken. Frau Ling hat wohl schon eine Ahnung, was wir gucken. Mal schauen, wann sie es uns wissen lässt. 18 Uhr ist der Plan. Ob der aufgeht, werden wir sehen. Es ist ja oft so, dass wir vielleicht ein bisschen später dran sind als 18 Uhr. Aber das passt ja auch. Wir haben ja keinen Stress oder keine Eile. Von daher. Jo, und ansonsten traue ich mich aufs Wochenende. Traue ich mich sehr. Und mehr habt ihr eigentlich nicht. Wir haben gestern Fallout 4 weitergespielt. Wir haben gestern die Burg eingenommen für die Minutemen. Haben gegen die Murlockeen gekämpft. Haben mit so einer Einhandkanone, also eigentlich eine Kanone von einem Boot, die man aber dann in die Hand nimmt. Und da eine Kanonenkugel rausschießt, haben wir ja ordentlich Schaden eingeschenkt. Es sind zwar auch ein paar Leute draufgegangen, aber so ist das nun mal, wenn man sich fetzt mit anderen. Und jetzt haben wir die Burg als Siedlung für uns eingenommen und haben jetzt irgendwie so Belagerungstürme, Artillerie, die halt von der Festung aus verteidigt, falls da irgendwelche Raider, Supermutanten oder wer auch immer kommt. Jo, mehr habe ich eigentlich nicht. Mehr habe ich nicht. Ich werde mal vielleicht runtergehen und mir Frühstück holen. Mal schauen. Ich gehe heute nicht Mittagessen. Erst abends dann wieder. Dann könnte ich mir heute Frühstück holen im Späti unten. Ja. Meine Mutter gestern kurz angerufen. War wieder ungünstig. Ich erwische sie immer zu unpassenden Zeitpunkten. Entweder ist sie gerade unterwegs oder sie ist gerade oder sie, keine Ahnung, gehört es nicht und ist arbeiten. Und das ist manchmal nicht so schön. Dann habe ich gestern angerufen und dann das Erste war nicht, ach hallo oder so, sondern ist es wichtig. Und ich denke so, nein, ist es nicht. Und sage auch, nein, ist es nicht. Ja, okay, ich fahre mal kurz ran. Da war sie gerade unterwegs und hatte Stress und bin mal gespannt. Nächste Woche Montag ist sie da. Da wird sie bestimmt ein bisschen was erzählen. Hat wohl einen kleinen Unfall gebaut mit ihrem Auto. Jetzt ist das Auto weg. Jetzt müssen sie zu zweit mit einem Auto hin und her gucken. Und das sorgt für zusätzlichen Stress. Und ich dachte nur so, gut, dass nur Blechschaden passiert ist. Aber muss man auch mal zugeben, man wird älter, die Reaktionsfähigkeit wird langsamer. Es ist einfach so, ich als Faultiersohn muss meiner Faultiermutter vielleicht mal mitteilen, dass das nicht weiter schlimm ist. Sie war ein bisschen genervt davon, hat man schon gemerkt. Und da bin ich mal gespannt, was sie mir nächste Woche noch erzählt. Ja, vielleicht rufe ich sie jetzt am Wochenende auch nochmal an. Sie muss jetzt Montag mit dem Zug nach Berlin und Dienstag mit dem Zug zurück. Aber auch das ist ja, glaube ich, ganz easy. Einsteigen, aussteigen, fertig. Und dann gucken wir mal. Am Dienstag habe ich meinen Workshop in der Firma. Das heißt, da muss ich irgendwann spätestens um neun hier weg. Und ja, da können wir noch zusammen in Ruhe frühstücken. Das klingt gut. Ja, gut. Das wär's dann gewesen. Habt ein schönes Wochenende. Erholt euch gut von der Woche. Ich werde auf jeden Fall mich erholen. Zwei Tage waren echt krass. Der dritte war okay. Und heute wird hoffentlich, äh, möglichst entspannt werden. Es ist Freitag, also da müssen wir mal ein bisschen Gang runterschalten, ne. Auch wenn auf Arbeit gerade ein bisschen an verschiedenen Orten, äh, da ein paar Feuer zu löschen sind. Und ich hoffe, die kriegen das hin. Gut, äh, ich mach jetzt Kaffee. Und dann geh ich mal wieder an den Arbeitsrechner zurück. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern. Und ärgert niemand anders. Tschüss.